Musik Hallöchen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Episode vom Subraum-Transmission-Podcast Und zwar heute bin ich nicht alleine Ich hatte ja leicht angeteasert in der letzten Episode, dass ich mir Verstärkung hole Und zwar soll es da nochmal ein bisschen um das Thema Hundeerziehung gehen Und zwar darf ich da heute bei mir den Alex begrüßen Hi Hi, guten Abend Na, wie ist die Lage, Jung? Kann ich klagen Flichten Menschen geht immer gut Ja, Alex, wer ist das? Und zwar den Alex, den habe ich kennengelernt Wie ihr alle wisst oder die meisten wissen Ich habe ja auch einen Hund und man geht ja regelmäßig mit so einem Hund laufen Sollte man zumindest es tun Und ja, da würde ich sagen, sind wir uns so ein bisschen irgendwie über die Füße gelaufen Ja Und haben festgestellt, wir haben in etwa Ja, gleiche Interessen, oder? So Richtung Star Trek Da kann man von ausgehen, ja Jawohl Ja, warum habe ich den Alex heute eingeladen? Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben Das soll heute so ein bisschen um die Geschichte gehen Ja, oder generell um die Arbeit Was ist ein Diensthundeführer? Was tut ein Diensthundeführer? Wie wird man dazu? Und ja, vielleicht magst du kurz erzählen, wie so ein bisschen dein Werdegang war Und wie du halt dann zum Diensthundeführer geworden bist Ja, also angefangen habe ich nach dem Abitur bei der Bundeswehr Selbst Erst im Jägerbataillon Anschließend dann zehn Jahre Feldjäger Habe dann aufgehört Musste Habe als Schweißer gearbeitet Bis ein guter Bekannter mir sagte Hör mal, ich habe mich beworben Beim zivilen Wachdienst bei der Bundeswehr Als Diensthundeführer Hast du da Spaß dran? Das habe ich mir angeguckt Fand es lustig, habe mich selber beworben Meine Prüfungen gemacht Bin genommen worden Vielleicht war das so ein Fehler des Dienstherrn Auf jeden Hund gekriegt Fand das Ding geil Und bin dabei geblieben Ja, wie alt warst du da ungefähr, als du da eingestiegen bist? 36 Okay, also quasi mein Alter Ja, siehst du mal Jawohl, und zwar wir haben da so ein bisschen So einen kleinen Fragenkatalog Hatte ich mir mal so ausgedacht Ich denke mal, das sind so ein paar Fragen Die vielleicht viele interessieren Weil ich denke mal, da gibt es mir recht Der Beruf ist ja so ein bisschen Mit Vorurteilen behaftet, oder? Durchaus, durchaus Wie überall gibt es viele Schwarze Schafe Ja Und im Wachdienst fällt sowas auf Ja Und Ja, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten Oder wie heißt das so schön Ne, genau Und deswegen hatte ich mir überlegt Machen wir auch heute zusammen diese Episode Um einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen Und vielleicht mal mit dem einen oder anderen Thema So ein bisschen Ja, wie soll ich sagen Das so ein bisschen klarzustellen Dass halt vielleicht manche Sachen Heutzutage ganz anders laufen Wie es vielleicht noch von vor 20, 30, 40 Jahren bekannt ist oder so Woher halt auch die Ja, die Ist das jetzt immer nur mit Hund Oder auch ohne? Wachdienst im Allgemeinen Es kommt drauf an, was man bewacht Aber man bewacht grundsätzlich immer Sach- und Personenwerte Und dann hängt es davon ab In welcher Branche Ich tue dies für die Bundeswehr Hab dann auch Den großen Vorteil Eines halbwegs Eines halbwegs hoheitlichen Auftrages Den viele andere Kollegen nicht haben Ähm Ja Immer mit uns Ne, wir sind eigentlich ziemlich rar gesät Diensthundeführer will halt keiner machen Ja, warum auch immer Ist ja eigentlich A, recht lukrativ Würde ich mal meinen Ist halt vielleicht dann eher für die Ja gut, wie in anderen Berufen Aber auch dann eher so eine Zeitgeschichte Dass es halt viele Menschen gibt Die nicht nachts arbeiten möchten Oder so Das ist dann vielleicht so eine Geschichte Oder halt mit Hunden nichts anfangen können Soll es ja auch geben Ich glaube, das ist einfach Mit einem Hund arbeiten Das muss man wollen Das muss ich geil finden Und dann überträgt sich das eigentlich auch auf den Hund Wenn ich das lustlos mache Und ach ja Schon wieder Komm mal her, Waldi Dann wird auch der Hund entsprechend drauf reagieren Und sagen Ich mache mein eigenes Ding Das ist ja nicht unbedingt das, was ich will Genau Jetzt muss ich fragen Warum gerade Wachdienst? Für mich? Warum gerade Wachdienst? Es hätte nicht unbedingt Wachdienst sein müssen Sondern ich Liebe Hunde, ich finde das cool Und es ist eine Möglichkeit Mit einem Hund zu arbeiten Es macht einfach Spaß Und jetzt als Beispiel Du hättest ja zum Beispiel auch sagen können Okay, Wachdienst mit Hund Die eine Option Oder Diensthundeführer Wie man ja richtig sagt Habe ich ja vorhin schon gelernt So im Off Wie wäre das dann mit so einem Job Wo du zum Beispiel Ich sage mal Ein normaler Hundetrainer wärst In einer 0815 Hundeschule Wäre das auch eine Option für dich gewesen? Wenn du sagst Eher der Hund Oder ist es dann vielleicht doch Eher der Wachdienst? Ne, es ist tatsächlich eher der Hund Aber jetzt als Hundetrainer In einer Irgendwo in einer Hundeschule Das sind ja immer Fremde Hunde Auch wenn mein Diensthund Mir während meines Dienstes Ja nicht gehört So ist es trotz allem Mein Hund Das heißt Ich baue eine Bindung zum Hund auf Der Hund baut eine Bindung zu mir auf Es sind nicht immer fremde Hunde Und das ist doch Das ist für mich das Interessante Ich meine Ich hole meinen Hund Arbeite mit ihm Und du siehst das in seinen Augen Dann sagt er Ah geil Das macht Spaß Da kommt der Chef Ne Und Dann ist Für mich Ich bin da noch viel motivierter Was mit meinem Hund zu machen Ich habe eine Bindung zum Hund Und dann Dann hat man Spaß dran So halt machen wir Quatsch Irgendwelche Dummheiten Dem Hund beibringen Es muss ja nicht alles Immer nur bitter ernst sein Dann wird das schon Die Sache ist also Das läuft dann bei euch In etwa so ab Dass ihr Ich sage das mal als Beispiel Ihr seid keine Ahnung Fünf Leute Und von den fünf Leuten Hätte jeder seinen eigenen Hund Nein 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 Es ist immer so Weil die Hunde im Objekt Verbleiben müssen Sind immer zwei Hunde Führer auf einem Hund Ah okay Zwei Hunde Das heißt wenn einer ausfällt Krank ist Oder halt Wechselschichten Oder wie auch immer Dann wird quasi der Hund Geteilt dann Genau Ah okay Gut Wieder was gelernt Jetzt ist das ja Ich sage mal ein Unterschied Ob ich mir jetzt als Privatmann Ein Hund hole Oder aber Ich habe halt einen Hund Der halt dann in diesem Berufsfeld Quasi arbeiten soll Das nennt man ja dann irgendwie Ein Gebrauchshund Ne Ja So Und dann habe ich gelernt Oder ich habe noch nicht gelernt Ich habe gelesen Es gibt sowas wie eine VPG Was ist denn diese VPG VPG ist die Vielseitigkeitsprüfung Für Gebrauchshunde Das ist eigentlich Teil des Hundesports Ja Ja Das ist Man dort findet statt Nasenarbeit Der Hund muss eine gewisse Strecke An Fährte Zurücklegen Die Unterordnung Da geht es darum Hier Fuß Platz Bleib Bring mir dies Hol mir jenes Und dann als drittes Der Schutzdienst Der vermeintlich böse Schutzdienst Ja Ich kreiere böse Beißer Und Monsterhunde Vollkommener Quatsch Okay Ja gut Da kommen wir gleich noch drauf Magst du die drei Punkte Noch so ein bisschen auseinanderdröseln Du sagst Es gibt ja so Bei der VPG Oder Vielseitigkeitsprüfung Für Gebrauchshunde Gibt es dann so drei Drei Parts Ja Ja Also Nasenarbeit bedeutet Der Hund muss für eine gewisse Strecke Einer Fährte folgen Und muss das Muss ein Objekt Apportieren Er folgt einer Er sucht es Er findet es Er bringt es mir wieder So Relativ simpel Okay Unterordnung Ist unterteilt in Es sind einfach Gehorsamsübungen Läuft der Hund Fuß An meiner linken Seite Läuft der schön Schaut er mich an Kann er das in verschiedenen In verschiedenen Geschwindigkeiten Links Rechts Wendungen Rückwärts gehen All sowas Aber auch Kann er durch eine Menschenmenge Gehen Ohne dort Abgelenkt zu sein Und zu gucken Sondern er ist bei mir Er steht im Gehorsam Er geht durch eine Menschenmenge Ignoriert Ignoriert Einfach andere Menschen Und Schutzdienst ist Das böse Beißen in einen Beißärmel Und das Ablassen Und Stellen Und Verbellen Ja Okay Da kommen wir dann gleich noch näher drauf Würde ich sagen Dann wäre jetzt die Frage Wie läuft denn so eine Prüfung eigentlich ab Das heißt Ich würde jetzt mal behaupten Diese drei Parts müssen quasi dann alle durchlaufen werden Man kennt es ja von Heißt das denn Begleithundeprüfung zum Beispiel Das ist wahrscheinlich so eine ganz ganz schwache Unterart davon Da muss der Hund ja auch Herrchen, Frauchen, wie auch immer angucken Und liegen bleiben Und hast du nicht gesehen Wie läuft das dann bei eurer Prüfung ab? Wir machen Wir legen keine VPG ab Wir haben mit VPG nichts zu tun Das ist reiner Hundesport Ah okay Der Hund wird anders ausgebildet Als bei uns Das hat nichts Aber auch gar nichts zu tun Mit dem was ich mache Ja okay Wie läuft das dann bei dir? Weil der Hund muss sich ja irgendwie trotzdem qualifizieren Dass man sagen kann Natürlich Der macht derlich eine Prüfung ab Nach der Prüfungsordnung Für Diensthunde der Bundeswehr Das heißt auch da Teil Unterordnung Personenkontrolle Und Schutzdienst Ah okay Also sprich Einen Überfall vereiteln Und eine lange Flucht Eine lange Flucht wird man niemals irgendwo im Hundesport machen In Deutschland nicht Im belgischen Ringsport gibt es das Magst du kurz erklären was das ist? Die lange Flucht? Ich meine ich kann mir jetzt was denken Aber Dort Man trifft einen Täter an Man spricht den Täter an Der Täter Die verdächtige Person ist kein Täter Nicht zwangsläufig Flieht Und der Hund wird angedroht Verfolgt den Verfolgt die verdächtige Person Stellt die Und bindet sie Also das heißt Beißt in den Arm Bindet dort den Die verdächtige Person vor Ort Bis zum Eintreffen des Diensthundeführers Lässt dann da ab Und wird dann abtransportiert Ah okay Aber das hat nichts wie gesagt mit der VBG zu tun Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge Ja okay Okay gut Dann siehst du Dann war ich da schon wieder Denn das ist genau das Bei einer Beim Sporthund Ja Wie bei der VBG Arbeite ich eigentlich mit einem Hund Ich Ich Trainiere ihn im Kontext Das heißt ich gehe auf den Platz Und nur auf dem Platz steht einer Mit einem Ärmchen Mit einem Beißarm Und den darf er dann beißen Und der Arm dient quasi als Große Beute Als meine Belohnung Das heißt der Hund wird Ein gewisses Verhalten Nur in diesem Kontext zeigen Heißt Nehme ich Teile des Kontextes raus Wird der Hund auch nicht mehr beißen Denn Da geht es nicht um Aggression Ja Auch wenn manchmal wird behauptet Gerade von Älteren Mein Hund müsste aggressiver sein Das soll er gar nicht Der soll nicht im Hundesport gar nicht aggressiv sein Sondern der soll In einem Kontext Gewisse Ja Gewisse Behandlungsweisen Zeigen Das läuft da hin Er bellt ihn an Wenn er sich bewegt Dann packe ich den Arm Und Dann bleibe ich da so lange drin Bis mein Dienst Bis mein Hundeführer sagt Aus Ich lasse los Und irgendwann kriege ich das Ding geschenkt Weil dann habe ich meine Beute Und ich habe alles toll gemacht Und war klasse Okay So läuft es bei uns nicht Denn bei uns Muss der Hund Lernen Dass Aggression Zur Problemlösung dient Denn Er soll mich beschützen Er soll eine Flucht vereiteln Das heißt im Extremfalle Muss der Hund Mit Aggression Auf Aggression Des Gegenübers Reagieren Das heißt es kann ja nicht Wird nicht jeder kommen Oh du hast mich gebissen Ich bleibe jetzt mal hier stehen Das tut weh Der wird sich bewegen Der möchte weg Der Wahr wird sicher Nicht der freundlichste Vielleicht noch eine Waffe ziehen Oder nach dem Hund schlagen treten Genau Das heißt Im Gegensatz zum Hundesport Muss mein Hund Das auch außerhalb des Kontextes machen Das heißt außerhalb eines Übungsplatzes Ohne Arm Ohne Beißarm Ohne Beißarm Und muss trotz allem Letztendlich im Gehorsam stehen Das heißt eine Kampfhandlung Darf nicht zu lange dauern Denn dann wäre es gefährliche Körperverletzung Also nur so lange wie nötig Er muss auch ablassen Aber er muss aggressiv genug vorgehen Um sich und mich zu schützen Und um eine Flucht zu verhindern Oder ein weiteres Angreifen Was auch immer Um den Die verdächtige Person Oder den Täter Entsprechend zu binden Und das ist der Unterschied Ja Ein Hund aus dem Hundesport Ist nicht Ist nicht gefährlich Oder Nicht gefährlicher als andere Hunde Wohingegen Meine Hunde Wenn sie nicht im Gehorsam stehen Das durchaus sein können Das heißt Ich darf nicht vergessen Was mein Hund Gelernt hat Was der macht Und muss dann auch Andere Leute im Blick haben Nicht dass die ein gewisses Bild bieten Auf das er reagieren könnte Dass er quasi da so ein Muster erkennt Was er aus dem Training Vielleicht schon mal So mitbekommen hat Und dann denkt Oh jetzt ist Spiel angesagt Und dann schnappe ich mir mal einen Arm Oder so Genau Und ich erwarte Einfach von meinem Hund Die stehen Meinen Hund Die stehen sehr gut im Gehorsam Ganz besonders jetzt hier Mein kleiner Rentner Dass der abfragt Bevor er was tut Der dreht sich rum Okay Das Abfragen ist ja im Prinzip so Wie man es vom Hund erwartet Dass er dich anschaut Genau Gib mir jetzt mal ein Befehl Was soll ich jetzt tun Da bietet sich für mich ein Bild Eine Lage Soll ich arbeiten Weil denn auch unsere Hunde Selbst mit Aggressionen Werden ja positiv bestätigt Für die ist das ein Spiel Auch wenn sie Mit Beuteaggression Reagieren Auf ein gewisses Szenario Zum Beispiel Bei Verhindern Einer Flucht Dann macht er das Trotzdem freudig Das macht ihm Spaß Das ist sein Spiel Und letztendlich Bekommt er auch Eine Beute dafür Oder eine Belohnung Das heißt Der weiß ja nicht Dass er jemanden Letztendlich damit weh tut Das haben die alle Wenn sie noch nie Einen scharfen Einsatz hatten Noch nie erlebt Dass sie ihm weh getan haben Und das heißt Die möchten das auch Ja wenn der dann sieht Oh da läuft aber einer Dann sollte man Die nächsten Schritte Tunlichst überlegen Man sollte dann nicht Halt rufen Oder so Also meine Hunde Fragen ab Und wenn dann von mir Wenn ich passiv bleibe Dann läuft er halt Okay Ja jetzt haben wir so viel Über Hunde gesprochen Was ich oder viele andere Vielleicht jetzt auch noch Ganz spannend finden ist Also ich habe jetzt Im Wachdienst mit Hund Wie auch immer Ich habe da glaube ich Noch nie einen Mit einem Pudel gesehen Ja oder mit einem Dackel Was sind denn so Die klassischen Hunde Für den Job Ja sowieso Wie man das Das kennt Das ist die Schäferhundrassen Der deutsche Schäferhund Malinois Ein belgischer Schäferhund Ein Terwüren Rolandse Herder Das sind so Die Die eigentlich Die Hunde Die man vornehmlich antrifft Auch ab und zu Ein Rottweiler Ein Dobermann Also kann man da Im Prinzip sagen So Widerrisshöhe Ab 55 Zentimeter Unabesslich Das hat das nicht Zwangsläufig was Mit der Größe Na klar Ich wäre das schlecht Wenn ich jetzt Mit meinem Pekinesen Um die Ecke komme Oder ein Rehpinscher Oder so Aber weil Der kann einfach Körperlich Das nicht leisten Also wie will der denn Jemanden bei einer Langen Flucht binden Es sei denn Derjenige stolpert Bricht sich das Bein Oder so Aber Ne das ist einfach Die Schäferhundrassen Sind Personenbezogener Und Führerbezogener Das heißt Will to please Okay Und Selbstverständlich Ein gewisse Gewisses Beuteverhalten Und Spiel Spieltrieb Spieltrieb Wollen 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 Ich möchte spielen Du kennst meinen Rentner Genau Und selbst mit seinen Zehn Jahren Der möchte immer spielen Ja Und das Das brauchst du Damit du damit arbeiten kannst Weil du wirst nicht so wie Wie früher Vor 60 70 Jahren Du willst keinen scharfen Hund Machen Herstellen Klar könntest du das Fügt dem Hund Lange genug Schmerzen zu Dann wird der Menschen hassen Und dann wird der auch Mit Freude beißen Genau Aber der Grund Der Beweggrund Ist ein anderer Und auch nicht mehr Kontrollierbar Schlecht Ja So Und ich möchte keinen Hund Der Menschen hassen Ich finde einfach Jeder der kommt Ist erstmal Freund Bis dann Was anderes kommt Richtig Und so finde ich das Wie gesagt Ich behalte meinen Auch bei Bei meinem Sohn Halte ich meinen Mein Rentner Und auch der kann Mit dem Hund umgehen Und ist gerade neu Und das ist So stellt der Hund Keine Gefahr Für meinen Meinen Sohn dar Und das Das erwarte ich einfach Genau Das ist auch sehr sehr wichtig Das war ja auch so ein Thema Bei uns Ich meine der eine oder andere Weiß ja auch Ich hatte ja schon mal Eine Episode gemacht Wo es halt um unseren Hund ging Das ist halt so ein klassischer Tierschutzhund Den war Kennst du ja auch Unsere Talia Dass wir uns die ja Angeschafft haben Im Prinzip Um so ein bisschen Aufs Haus aufzupassen Und Na ja halt Eigentlich klassischer Fall Von Familienhund Und weiß ja selber Die ist halt der Oberschisser Die hat wirklich Panik Das hatten wir vorhin auch wieder Wo du halt mit reingekommen bist Und so Das ist halt für sie Immer ganz schwierig Sobald in Anführungsstrichen Fremde Leute kommen Da ist sie immer sehr sehr vorsichtig Und ängstlich Und Das ist dann Das sind ja gerade die Hunde Die wahrscheinlich für euren Job Dann überhaupt nichts taugen Weil die einfach Absolut nicht selbstsicher sind Ja Das geht nicht Du brauchst halt Denk ich mal Einen wirklich charakterstarken Hund Und dafür wäre unsere Talia halt Überhaupt nicht gemacht Und von der Körperstatur Okay Größe hat sie Aber mit ihren 24 Kilo Ist das wahrscheinlich dann auch Gewichtsmäßig Äh Nö 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 Also Mein jetziger Diensthund Der hat 26 Kilo Okay Aber das ist halt reine Muskelmasse Naja okay Gut dann ist das wieder ein anderes Kamin Aber Wo wir jetzt bei Charakterstärke sind Du hast das dann ja eben gesehen Froh die Äh Mein Hund kam mit rein Äh Talia geht ihn an Und er steht dann da Ja Ja Und Und das ist halt So einen Hund brauchst du Der darf sich natürlich auch nicht Vertreiben lassen Das wäre Wäre doof Dann kommt Kommt eine verdächtige Person Und mein Hund läuft weg Dann brauche ich den nicht Genau das würde bei meinem Hund Wahrscheinlich dann passieren Richtig Und deswegen absolut nicht dafür zu gebrauchen Das stimmt Ähm Dann wäre die Frage Welche Bedingungen muss man denn Zum Beispiel erfüllen Um halt selbst als Diensthundeführer Zu arbeiten Also was wird da gefordert Wie lang dauert so eine Ausbildung Also es geht eigentlich relativ Zügig Also äh Als Allererstes muss man mal die Grundbedingungen Fürs Arbeiten im Sicherheitsgewerbe Erfüllen Also da ist die Unterste Hürde Es wäre die Unterrichtung Nach Paragraph 34a Gewerbeordnung Ähm Dann Wenn man da arbeiten will Wo ich arbeiten will Braucht man einen Waffensachkunde Nach Paragraph 27 und 28 Waffengesetz Und ähm Einen einwandfreien Leumund Man wird Sicherheit überprüft Einmal von Gewerbeamt und so weiter Ähm Darf der gut Darf dem guten Mann denn überhaupt Eine Waffe ausgehändigt werden Für Berufswaffenträger Wenn das dann soweit ist Und äh Ja letztendlich mit dem Hund Man sollte Das wollen Grundvoraussetzung Also wenn man den Hund schon sieht Als Ja das ist ein Mittel zum Zweck Und ja Arbeite halt mit Hunden Weil ich kann damit Geld verdienen Das ist falsch Dann mach das nicht Ja das ist dann Ähm Auch für Für einen persönlich Viel zu viel Stress Man sollte auch nicht Aufbrausend sein Okay Im Sinne von Wie meinst du das Aufbrausend? Ob das das Ziehen an der Leine ist Ziehen Ja nicht reißen Er muss keinen Backflip machen Ja Oder mal Leicht so in die Seite Also auch nicht hauen Sondern einfach nur mal Antitschen Genau das klassische Antippen Das mache ich ja bei unseren Zum Beispiel auch schon Wenn sie was weiß ich Sich gerade nicht hinsetzt Wenn du es zum fünften Mal gesagt hast Dann kriegst du schon mal so einen Ganz leichten in die Seite Und dann so Oh Aufmerksamkeit Genau Es ist einfach nur Um es auch aus dem Trieb zu holen Um Aufmerksamkeit Für mich einzufordern Ähm Das sollte klar sein Aber jetzt ein Ein Egomane Oder ein Ein Choleriker Der dann Wie blöde gestikuliert Und den Hund Niederbrüllt Oder Auf den Hund einschlagen würde Das kannst du nicht gebrauchen Das ist Würde wahrscheinlich dann Irgendwann mal Bei einem charakterstarken Hund Zu einem Beißunfall führen Wenn der Hund sich denkt Du tust mir weh Ich kann das auch Ja Also das Sowas kannst du ja nicht gebrauchen Also Ja und ein gewisses Maß An körperlicher Leistungsfähigkeit Sollte auch da sein Das heißt einigermaßen Körperliche Fitness Weil dir halt dann Vorausgesetzt wird Dass du mit deinem Hund Trainierst und arbeitest Selbstverständlich Du sollst sagen Während deiner Dienstzeit Bist du mit deinem Hund zusammen Und dann Ist das ja nicht nur Gassi gehen mit ihm Sondern du musst mit ihm spielen Das sind Leistungshunde Das sind extra Dafür Für Arbeit gezüchtet Und die sind schon sehr fordernd Und wenn du die Denen nichts zu tun gibst Dann suchen die sich was zu tun Was dann meistens Nicht dem entspricht Was du von ihnen willst Das heißt Hier wird was kaputt gemacht Hier wird mal geguckt Was man da So alles gebrauchen kann Das ist Kacke Willst du nicht Also Du musst dich um deinen Hund kümmern Du musst ihm was bieten Öfter mal was Neues Suchen Unterordnung spielen Laufen Jagen Hetzen Und wie ist das bei euch Da so geregelt Wenn ich fragen darf Ist das dann Gibt es ja gewisse Vorgaben Wie oft am Tag Gespielt wird Oder wie oft die Woche Oder so Gibt es da Regelungen Ja also erstmal Grundsätzlich ist das absolute Minimum 30 Minuten Ausbildung am Tag So Das ist wirklich Das unterste Minimum Ich persönlich Ich komme da weit rüber Aber Jeder so wie er mag Und es hängt aber auch Vom Hund ab Und vom Tag Auch da Ist es nicht immer Der Hund Gleich gut drauf Also wenn ich jetzt schon merke Ich mache Unterordnung Und der ist total Unaufmerksam Ja dann lasse ich das Dann probiere es später nochmal Ja Ob es später am Tag Oder am nächsten Tag ist Aber Spielen wollen sie eigentlich Immer alle Und Es sei denn Es geht denen nicht gut Es sind Lebewesen Auch da kommt Tatsächlich können die krank werden Ja Habe ich auch schon von gehört Ja Es ist schon traurig Dass es eigentlich Gebrauchshund Dann heißt in dem Moment Aber der Hund wird ja generell So in Deutschland Als Ding angesehen Sieht man ja schon beim Transportieren Im Auto und so Das ist ja Da hast du das ja auch Hauptsache die Ladung ist gesichert Das ist schon ein bisschen gruselig Alles Aber naja gut Aber die können auch krank werden Ja Hab ich davon gehört Dann Das setzt auch Leistungsfähigkeit herab Und dann Ja dann muss man halt mal weniger machen Also aber 30 Minuten ist das Minimum Zwei Stunden bewegen am Tag Und plus dann Und plus dann mindestens 30 Minuten Ausbildung Und plus in der Woche nochmal eine Stunde mit Schutzdiensthelfer Schutzdiensthelfer ist dann wer? Das ist der, der den Arm hält Ah ok Das ist quasi dein Der Figurant Ja das ist aber auch gleichzeitig Dann der Hundeausbilder Der hat ein Paragraph 11 Nach dem Tierschutzgesetz Darf dann Gebrauchshunde Für gewerblichen Gebrauch Dritter ausbilden Ok Der überwacht ja natürlich auch Was hat er denn jetzt in der Woche mit seinem Hund gemacht Läuft das weiterhin gut mit der Unterordnung Steht der Hund im Gehorsam Und dann geht es weiter Also da wird im Prinzip auch geguckt Passt der Hund zum Diensthundeführer dann in dem Natürlich Eine gewisse Arbeitsbindung muss da sein Ansonsten wird das nicht funktionieren Ist das denn da auch schon vorgekommen Dass dann vielleicht mal gesagt wurde Hier pass auf Der Hund passt nicht zu dir Probier es mal mit dem Oder ist sowas auch schon passiert? Ja Achso genau Vielleicht auf das Thema noch zurück zu kommen Wenn der Hund jetzt wirklich krank ist Was weiß ich Verletzung am Bein Oder keine Ahnung Beim Spielen Kann ja immer mal was passieren oder so Wer kümmert sich denn dann um den Hund? Habt ihr da Leute die das machen? Oder macht ihr das dann auch selber? Wie meinst du das kümmern? Also grundsätzlich klar haben wir Tierärzte Ja Na ja klar Also Tierärzte Das heißt du fährst dann mit dem Hund zum Tierarzt? Ich fahre dann mit dem Hund zum Tierarzt Also entweder ich oder mein Co-Pilup Wir sind ja immer zu zweit auf einem Hund Ähm Ja klar Okay Ja okay Wer sollte das auch sonst tun? Naja hätte ja sein können Dass ihr vielleicht auch da ein Neh aber jetzt stellt man sich vor Das ist ja Unsere Hunde sollen ja auch ein gewisses Misstrauen Fremden gegenüber zeigen Das heißt Nicht direkt hinrennen beißen Aber Auch nicht immer gleich jeden mögen Ja Jetzt hat mein Hund eine Verletzung am Bein Es tut ihm weh Ja Würdest du mit dem wegfahren wollen? Du kennst den nicht Würdest du denn dann Ich hole mich mal aus dem Zwinger Und komm du mal mit Würdest du? Also da ich jetzt kein wirklicher Hundeflüsterer bin Würde ich mich wahrscheinlich wenig mit der Leine da rein trauen Und sagen Hier komm ich nehm dich mal mit Ne Also ich würde es bei einem Hund der Schmerzen hat Der krank ist Würde ich das nicht empfehlen Dann schon die Vertrauensperson Ja Ja Wäre dann wahrscheinlich der sichere Die sichere Alternative Genau Weil auch da muss er irgendwo Muss der Hund auch da im Gehorsam stehen Ich nehm den ja jetzt mit rein Aber da sind wir jetzt bei jedem Hund Das spielt keine Rolle Diensthund, Nicht-Diensthund Ja Wenn die Talia Sagen wir Der hat tierische Schmerzen in der Pfote Dann bin ich der Letzte Der da hingeht Sich die Talia nimmt Und bringt die zum Tierarzt Könnte wahrscheinlich wehtun Könnte am Anfang wehtun Nachher wäre sie vielleicht dankbar Aber bis man dahin kommt Wenn sie dann nachher merkt Okay das hat mir jetzt irgendwas gebracht Dass ich jetzt hier war Aber bis dahin ist wahrscheinlich schon zu spät Genau Also sicherlich fahre ich mit meinem Hund Ja Also das heißt ihr habt jetzt wirklich Also eine Art Veterinär oder so Sitz dann nicht bei euch Nein Das heißt es muss wirklich Der der am Hund ist Oder die die am Hund sind Die kümmern sich dann um alles Wirklich um die Verpflegung Sprich füttern macht ihr auch Nehm ich an Natürlich Ja Das heißt ihr fahrt dann irgendwie Zwei, dreimal den Tag dahin Oder halt in eurer Dienstzeit Wird gefüttert Und den Rest übernimmt dann der andere Part Der Co-Pilot Wie du gerade gesagt hast Einmal der Co-Pilot Und wenn Dann gibt es auch noch Einen Pissbegleiter pro Hund Falls dann wirklich Tatsächlich mal beide ausfallen sollten Dass der Hund dann nicht Unbewegt irgendwo im Zwinger steht Okay Und Ja Natürlich füttern wir die Wir kümmern uns um unsere Hunde Auch um die Krankenhunde Klar Das ist Das ist halt das Wenn man das nicht mag Ja genau Und das nicht wollen Will Dann sollte man es sein lassen Einmal die Verantwortung übernommen Das ist schon ein bisschen mehr Eine Waffe Heute keine Lust zu reinigen Schmalz dir in den Schrank Das tut dir nicht weh Richtig Ja Mein Hund ist ein Lebewesen Das will vernünftig behandelt werden Ende Genau Ja ich denke auch Da ist wahrscheinlich Wie du schon am Anfang sagtest Für viele wirklich so ein Hindernis Da die sagen Ah ne so viel Ist ja auch Verantwortung Es ist wirklich Verantwortung Ja ist nicht nur Verantwortung Da geht auch Freizeit drauf Ja das sowieso Klar Das hatten wir ja schon mal das Thema Das tut er ja schon Das ein oder andere Mal Dann doch vielleicht mal länger arbeitest Aber halt auch Weil der Hund halt da ist Der will halt bespaßt werden Und Naja Wenn man es so nennen kann Bespaßt Aber da muss einer da sein Der sich drum kümmert Richtig Um vielleicht nochmal so auf das Generelle Bild zu kommen Vom Diensthundeführer Oder auch Vielleicht fälschlicherweise Öfters als Schutzdienst Oder so bezeichnet Wie sieht das denn da so aus Mit diesen ständigen Vorwürfen Dass der Bürofieler Dann eher für die Hundequälerei ist Quälerei würde ich so nicht sagen Das macht den Hunden schon Spaß Naja aber dieses negative Bild Weißt du was ich meine Das ist ja so negativ behaftet Man denkt ja die Hunde werden da Geteletakt geschlagen Weißt der Henker Also erstmal Wenn ich Wirklich gar keine Ahnung Habe Davon Und sehe jetzt Einen Schutzdienst Kann ich mir angucken VBG Schutzdienst Ist dasselbe Und sehe dann da jemand Mit einem Stock Wild auf meinen Hund Einprügeln Oder auf einen Hund Einprügeln Ja Dann kann ich Als Außenstehender Erstmal sagen Das ist Tierquälerei Erstens ist es ein Softstock Falls mal der Hund Berührt wird Dass es nicht wehtut Zweitens soll der Hund Dabei gar nicht berührt werden Aber es sieht schon mal Sehr martialisch aus Stimmt Zweitens Früher wurde ganz einfach Härte ausgebildet Das heißt ja Du gehorchst nicht Und dann Bäm Gab es einen Ja Ob das mit dem Teletag War Ob das berühmte Stachelhalsband Oder einfach Irgendeinen Stock Dann gab es Kriegt der Hund ein Das macht man im Allgemeinen Nicht mehr Weil Dadurch steigt die Beiß Die Beißunfälle Steigen dadurch Ja Ich kreiere wie gesagt Einen scharfen Hund Der wird irgendwann Menschen hassen lernen Weil Da kommt Schmerz her Und das will ich nicht Also eine Quälerei Ist es heute Nicht mehr Es ist für den Hund Selbstverständlich Anstrengend Das ist körperlich Fordernd Das macht ein Hund Auch nie so lange Mit Wie jetzt Als würde ich Nur mit ihm Gassi gehen Das heißt ich muss Irgendwann muss ich Einen Cut sehen Jetzt ist der Hund Aber zu alt Jetzt geht es Viel zu sehr Ins körperliche Da geht der Hund Ball kaputt Dann muss ich da Entsprechend einen Break Setzen Und sagen Jetzt bis hierhin Nicht weiter Dann kommt der raus So habe ich es mit Meinem Hund ja auch gemacht Der hat es mit Bis Acht gemacht Ja Und dann Sieht man Sag man Das ist nichts mehr Für ihn Jetzt so langsam Fang die Wewechen an Und dann muss er raus Also nicht Natürlich nicht aufhören Zu spielen Und so Aber Aus diesem Krassen Weil die Hunde Sich nicht schonen Der will seine Beute haben Und dann knallen die schon In den Arm Der Hund wird dann Natürlich auch gestaucht Es ist körperlich Anstrengend Und wenn Wenn man merkt So jetzt so langsam Fang die Wewechen an Bei älteren Hunden Wie bei älteren Menschen Lässt dann irgendwann Der Muskeltonus Und die Muskelmasse nach Und dann kann der das Natürlich auch nicht mehr So abfedern Um vielleicht gerade Ein Beispiel zu bringen Ich meine Ich sehe das jetzt Bei meinen Kindern Ganz anderes Beispiel Aber wie du gerade sagst Gestaucht Beispiel vielleicht Trampolin bei Menschen So ein 20-Jähriger Der kann dann eine halbe Stunde Darauf rumhüpfen Und ab keine Ahnung 50 plus Wird es vielleicht schon schwierig Mit Gelenken und Knochen Und du wirst dann wirklich gestaucht Ja oder das Beispiel von früher Mit 14 bist du vom 3 Meter Baum runtergefallen Hast dich geschüttelt Du bist wieder hoch Ja Heute Oh scheiße Schatz falsch gelegen Und kannst eine Woche nicht laufen Ja genau Beim Fernsehen eingeschlafen Ich bin körperlich kaputt Ich kann drei Wochen nicht arbeiten Ja Und so ist das bei den Hunden Klar wenn der Veterinär sagt Das war es Ja Dann war es das Ja wenn der jetzt auch Der Veterinär sagt Der Hund ist nicht dienstauglich Dann wird er krank geschrieben Okay Auch Hunde können krank werden Die kriegen auch eine Krankschreibung Wir halten fest Dinge können krank werden Ja Unglaublich aber ist so Um es mit Spocks Worten zu sagen Warum wird alles das Was wir nicht kennen Als Dinge bezeichnen Egal andere Geschichte Das war Star Trek Da kommen wir später vielleicht nochmal zu Okay Aber ich würde sagen Zu diesem Ausstieg Oder quasi das Rentenalter des Hundes Da kommen wir dann nachher nochmal kurz Um nochmal auf diese Auf diese Oder auf das negative Bild zu kommen Jetzt bist du ja schon ein bisschen In dem Thema drinnen Schon ein bisschen länger Machst das schon ein bisschen länger Hast schon Mit dem einen oder anderen Hund Oder auch Personen zu tun Und hast ja so ein bisschen Was kennengelernt Wie würdest du denn sagen Unterscheidet sich jetzt Oder unterscheiden sich denn Die Trainingsmethoden Von vor Keine Ahnung 20, 30, 40 Jahren Ich stelle mir halt immer so Sachen vor Wie Wie wurden denn zum Beispiel Die Hunde trainiert Die damals mit an der DDR-Grenze standen Weißt du wie ich meine Die wurden ja wahrscheinlich Wirklich noch scharf gemacht Wie du es vorhin genannt hast Also wirklich aggressiv Und in Anführungsstrichen Böse gemacht Geschlagen Und Der Mensch ist böse Den muss ich mir jetzt packen Und wie läuft das denn heute so ab Also wie Also kann ich das eher vergleichen Mit Ja ich sag mal In Anführungsstrichen Normalem Hundesport Wo er eher mit positiver Bestärkung Gearbeitet wird Oder ist das so Ja Das geht so in die Richtung Früher gab es dann halt Das ist die einfache Und die schnelle Methode Führe ich einem Hund Schmerzen zu Wird er versuchen Die Schmerzen zu vermeiden Wenn er merkt Durch ein gewisses Verhalten Kann ich Schmerzen vermeiden Dann wird er das Verhalten auch zeigen Ja So Das ist die alte Methode Möchte aber keiner Denn Bindung zum Vom Hund Ja Das Nicht nur vom Hund zu mir Sondern im Regelfalle Hab ich auch Bindung zum Hund Ja Ich möchte dem nicht wehtun Vermeide ich Genau Ja Das war dann das mit dem Angedeuteten Schlagen Das heißt Ja selbstverständlich Das wird angedeutet Klar Aber Es soll ja auch mitkriegen Im Ernstfall Könnte das ja tatsächlich Ein Stock sein Dann wird der Hund Das wahrscheinlich Aber auch gar nicht mehr merken Hinterher schon Klar Aber Im Trieb selber Wird er das wahrscheinlich So nicht mitkriegen Aber Positive Bestätigung Ist das A und O Und der Hund Der muss sich freuen Der muss spielen wollen Will to please Ja Das heißt Im Welpenalter Wird er schon aussortiert Die werden mit einem Mit einem Tuch Schon angehetzt Ja Und die Die dranbleiben Und halt nicht aufhören Die kann man dann halt Dafür nehmen Das ist Ein reiner Spieltrieb Ja Darum geht's Und Das sehe ich auch immer wieder Bei meinen Das macht denen Spaß Und Dann heißt das Das Kommando aus Ja Jetzt Jetzt mach ich aus Weil ich weiß Ich krieg das nachher Meine Beute Krieg ich dann nachher noch Ähm Die haben halt noch Keinem weh getan Das Sollen die auch Nur im Ernstfall Alles anderes spielen Ja Also ich kenn das Wie gesagt Von unserer Talia halt auch Wo du grad sagtest Mit dem Tuch Ich spiel halt mit ihr Schon mal diese Rauf und Zer Spiele Ich höre genau das Ich höre immer ganz oft Mach das nicht Das macht einen bösen Hund Ich weiß aber Das ist so ziemlich Das einzige Spiel Was ich mit meinem Hund Spielen kann Das hatten wir vorhin Auf der Wiese Wo wir vorhin noch Zusammen gelaufen sind Mein Hund Apportiert nicht Der denkt immer Alter Hol's dir selber Ich mach das nicht Und Ja dieses Rauf und Zer Spiele Da hat sie halt auch So ihre Decke Und sie weiß auch Wenn sie die Decke hat Und ich mach halt Diese Rauf und Zer Spiele mit ihr Und ich sag dann aber aus Manchmal muss man es Zwei oder dreimal sagen Aber dann ist auch aus Dann lässt sie los Und wie du grad sagtest Ich geb ihr auch dann die Decke Oder sie bekommt was anderes Als Belohnung Und dann ist alles gut Ja genau Ich weiß nicht Das sind also Schon noch Raubtiere Ja Das ist ein ganz Natürliches Verhalten Um eine Beute zu kämpfen Das ist Also da kann keiner sagen Hier das ist Tierschutzgründen Sondern das ist tatsächlich Artgerechte Haltung Jetzt kommt noch drauf an Wie sehr mach ich das In welchem Alter Mach ich es mit welcher Intensität Aber Klar will der Will der zerren Und schütteln Und Beute hinterherlaufen Nicht jeder Hund apportiert Aber Fast alle laufen Da Beute hinterher Ja kann ich Kann ich so bestätigen Also wie gesagt Schmeißen Wir hatten mal hier von Kong zum Beispiel So eine Frisbee Oder halt Ach die klassischen Bällchen Oder halt einfach ein Stöckchen Ja Hinterher renntut die Dann nimmt sie es vielleicht auch mal Dann schleppt sie das so drei Meter Wo sie hin will Und dann denkt sie sich so Alter Kannst du dir selber holen Ich mache jetzt was anderes Ich bin weg Ciao Ja ich finde das Ich finde das halt immer witzig Dass du dann immer die Menschen hast Die dann immer direkt alles Na ja in Anführungsstrichen Verteufeln Und es ist alles ganz schlimm Und du machst den Hund aggressiv Ich würde mal jetzt behaupten Ich würde mal jetzt behaupten Nach Ja jetzt Fast zwei Jahren Dem wir den Hund jetzt haben Kann man das Verhalten ja auch Mittlerweile einschätzen Ja du weißt ja jetzt Was ist jetzt irgendwie Aggressives Verhalten Ängstliches Verhalten Wann freut sie sich Und so weiter Und ich verstehe das halt immer nicht Weil wie du gerade sagtest Wir holen uns in die Gesellschaft Holen wir uns halt diese Jagdraubtiere Ja Und die haben halt ein gewisses Verhalten Natürlich bedingt Und das wird dann immer gleich verteufelt Weil das darf der Hund nicht Und das soll er nicht Und hast du nicht gesehen Aber weiß ich nicht Fühlt sich für mich irgendwie falsch an Ja aber das Wir gucken jetzt hier einfach mal runter Dann liegt da ja meine Blutrünstige schwarze Bestie Ähm Ja Sehr aggressiv Ja ich merke gerade Au wie er am Bein zieht Aua Aua Ja also War Der Hund war Sechs Jahre Schutzhund Wachbegleithund Hat das sechs Jahre lang gemacht Ja Also sehr aggressiv Ja man Man hört ihn noch gerade Bällen und Zähne fletschen Ich zehre heute noch Jeden Tag mit ihm Und mache Zerspiele Ja Ja ganz furchtbar Ganz Ganz Böser Hund Das ist Vielleicht können wir da Direkt auf das Training kommen Wo du gerade sagst Mit den Zerspielen Ähm Da hatten wir vorhin schon angesprochen Da gibt es ja dann deinen Wie hieß der noch? Begleiter Co-Pilot Wie auch immer Der dann den Figuranten spielt Oder? Den Helfer Oder den Helfer nennt man das dann Ja Wie läuft denn sowas dann Zum Beispiel ab Also man kennt ja so Ähm Erst Bedrängung Beißwurst Und dann der Beißärmel Wie läuft denn sowas ab? Also mit dem Schutzhundshelfer Der hat eigentlich Wenn man nicht gerade Korbarbeit macht Hat Dann hat er einen Beißarm Also Korbarbeit ist dann Mit Maulkorb Ja Da wir dann quasi das Beißen Ohne Beißarm Also ohne Beutereiz Muss mein Hund Muss mein Hund ja trotz allem beißen Also man wird kein Einbrecher Jetzt kommen Und da einsteigen Und sagen Ich nehme mir immer Ein Schutzdienstarm mit Wird ja nicht vorkommen Das heißt Meiner muss auch Zivil beißen Und das wird damit Einfach simuliert So Ansonsten hat er einen Arm Der hat keinen Die Beißwurst ist für mich Das ist Das ist eine Beute Das ist Ein Spielobjekt Zu bestätigen Wenn ich jetzt zum Beispiel Ich laufe meine Meine Unterordnung Das macht der richtig gut Ein Schwanzwedel Der guckt mich an Das ist geil Das sieht gut aus Und ja Fliegt in die Beißwurst Ja Dann wird ein bisschen gezerrt damit Und dann kommt die wieder weg So Und dann geht das weiter Nächste Kommando Das taktische Dreieck Hund zwischen den Beinen Und so weiter Und wenn er das dann Wirklich gut macht Dann fliegt das Ding wieder Aber Das hat nichts mit dem Schutzdiensthelfer zu tun Der ist tatsächlich Für den Schutzdienst da Der dreht den Arm Der simuliert den Überfall Der simuliert die zu suchende Person Der simuliert die Die fliehende Person Ansonsten brauche ich den nicht Das heißt Der Schutzdiensthelfer In dem Sinne ist dann keiner Der bei euch irgendwie Fest mit in einem Team drin ist Sondern das sind dann Leute Die mal hinzugeholt werden Also er ist nicht zwangsläufig Fest im Team Kann Muss aber nicht Okay Der Helfer an sich Muss auch kein Paragraf 11 haben Aber der Hundeausbilder Ja Aber meistens ist der Hundeausbilder Gleichzeitig der Schutzdiensthelfer Macht der vielleicht auch irgendwie Sinn Weil der weiß Alleine ökonomisch macht das einen Sinn Ja Und zahle ich ein oder zahle ich zwei Ja Richtig Auf jeden Fall Alex Jetzt meintest du ja irgendwann mal Wo wir mal eine schöne Abendrunde gedreht haben Dass du ja ganz gerne hier So bei uns hier in die Ecke kommst Weil du bei dir Da in der Ecke wo du so wohnst Und eigentlich spazieren gehen wollen würdest Äh ja eher so negativ angesehen wirst Oder ist das richtig Wegen deinem Hund oder wegen dir oder Naja ich meine Der will ja weiterhin spielen Und wenn sich die Gelegenheit bietet Und jemand hat tatsächlich mal die Corona So einen Arm zu halten Dann machen wir das auch gerne nochmal mit dem Frodi Ähm Ja Wenn das dann einige Leute sehen Also Böser Hund der beißt Dann schürt das Angst Vollkommener Blödsinn Der Hund will nur spielen Kennen wir doch Gibt es T-Shirts von Ja genau Der will nur spielen Ja Ne das glaube ich da Gut Manche die kommen damit nicht klar Da gab es ja glaube ich auch irgendwie mal eine Geschichte Dass dann Leute irgendwo gesehen wurden Und dann haben das vielleicht Dass das Spiel ist nicht verstanden Oder Training ist Und haben das nicht verstanden Da wurde dann die Polizei gerufen Und so Scherze Genau Das ist Das passiert Das kann das öfteren passieren Ja Es Mir auch schon passiert Nicht witzig Aber Okay Das heißt da stand irgendwo einer am Balkon Hat gesehen Oh da wird ein Mann in den Arm gebissen Ja genau Oh nein Wenn du dann vernünftigen Helfer hast Dann spielt der natürlich auch mit Also Ah Ja Und Ja gut Das Ich verstehe es Das kann falsche Bilder in Köpfen Nicht so Ja Dann ist der Hund auch noch groß und schwarz Generell schon mal ein No-Go Ganz böse Ja Der nächste Schäferhund ist pink Oh ja Oh ja Das würde ich gerne sehen Der darf mich dann auch mal in den Arm beißen Okay Nein Nein das machen wir auch noch Das haben wir ja mal gesagt Wir werden das mal so ein bisschen antesten Aber nur im Hellen Weil ich möchte ungern im Dunkeln stolpern Das ist glaube ich dann nicht so lustig Sinnvoll Dann die Frage zum Training generell Da hat es ja glaube ich auch mal so angedeutet Da gibt es ja so gewisse Wiederholungen Also Sätze die Oder Befehlswörter Befehlssätze die regelmäßig wiederholt werden sollten Damit der Hund immer so in dem gewissen Ein Hund Ein Hund Hundelern Kontext bezogen Das heißt Gewisse Bilder zu deuten Und daraufhin Ein gewisses Verhalten zu zeigen Also behält man das Wort auch immer bei Und es spielt keine Rolle Ob das jetzt das Fass ist Oder ob ich dazu Erbsensuppe sage Wenn ich das oft genug wiederhole Wird er das schon Wird er ein gewisses Verhalten zeigen Jetzt bei unseren Hunden ist es so Dass man den einen gewissen Ablauf antrainiert Um handhabungssicher eigentlich auch zu werden Nicht nur ich Sondern auch der Hund wird eingestimmt Er soll ja nicht hinter allem herlaufen Was sich bewegt Sondern das soll nur tun Wenn ich ihn triggere Und deswegen folgt das einer gewissen Zeremonie Sagen wir es so Das ist ein gewisser Ablauf Von Wörtern, von Handlungen Und dadurch schaltest du Trägerst du einfach deinen Hund Macht Sinn Sprich Gewohnheitstier Ja, absolut Absolut Zum Beispiel im Spiel benutze ich persönlich Wenn er eine Beißwurst nehmen sollte Ein Pack Im Schutzdienst wäre es das Fass Und ich möchte das auch nicht vermischen Spielen ist Pack Und das ist Fass Das sind zweierlei Dinge Und zweierlei Handlungsstränge Die ich von meinem Hund erwarte Wird denn dieses Fass Dann auch irgendwie trainiert Das muss ja dann auch spielerisch Eigentlich angeeignet werden, oder? Ja, aber Das 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 passiert schon im Welpenalter Ja Mit einem Tuch Mit einem Zertuch Fass Oh Fein Bist der Größte Der Tollste Wenn du das im Hund sowieso suggerierst Dann hast du eh gewonnen Ja gut Ich habe Sowas habe ich bei unserem mal gemerkt Ich Ich sage mal So schlechtes Verhalten Kann man ja schnell antrainieren Aber halt auch für sich nutzen irgendwo Und zwar die Sache Wenn Was weiß ich Kennst du ja auch Der böse Briefträger kommt Ja Und der wird dir gerne mal verbellt Von unserem ach so tollen Wachhund Und Wenn du dann aber dieses Befehlswort sagst Egal ob es jetzt Erbsensuppe ist Oder in unserem Fall halt ein Pass auf Ja Und der Hund bellt Und eskaliert so ein bisschen Und du sagst dann auch irgendwo auf der Wiese Pass auf Dann macht sie halt dieses Verhalten auch Ja Das ist eine positive Verknüpfung Im besten Falle ist sie dann für ihr Verhalten Positiv bestärkt worden Genau Durch ein Leckerli Durch weiter Spielen Durch ihre Beute Klar Warum sollte sie das Verhalten dann nicht auch zeigen Es hat ja funktioniert Runde sind reine Ohrpotenzial Nisten Ja richtig Das stimmt Ähm Gerade nochmal aufs Training zurück zu kommen Die Sache mit dem Beißarm und so Was sind denn so die klassischen Trainingsgeräte Die generell so eingesetzt werden Beim Also ich meine man hört ja immer die schlimmsten Sachen Tele Tag Stachel Halsband Ich meine das war ja wahrscheinlich eher früher Vielleicht wirklich gang und gäbe Was ist denn heute so der Klassiker Softstock haben wir vorhin schon gehört Was gibt es da noch so an Trainingsgeräten Das war es Softstock Beißarm Teletack Und äh Der Stachelhalsband sind verboten Zumindest für die gewerbliche Ausbildung Ähm Der Softstock Der dient eigentlich nur der Gewöhnung des Hundes Ja er wird ja damit nicht geschlagen Aber wenn es denn dann mal dazu käme Dass das Gegenüber Ein tatsächlicher Täter ist Der nach meinem Hund schlägt Dann weiß er Hey Okay Das macht er halt Ja Kenne ich schon Das kenne ich Das Ich muss mich davon nicht erschrecken Und Das ist die reine Gewohnheit Er wird dann damit ja nicht geschlagen Das ist doch eigentlich Kein Trainingsgerät Das fliegt sofort Sobald der Sobald ich bei meinem Hund bin Schmeißt das der Helfer weg Und dann ist das Ist das erledigt Ähm Ne das war es eigentlich Also sonst haben wir da Keine großen Hilfsmittel Man ditcht den Hund An der Leine mal ziehen Klar Ansonsten Die Stimme macht die Stimmung Ja würde ich auch sagen Stimme macht Stimmung Das heißt Ihr habt dann auch Einen gewissen Ja würde ich jetzt mal unterstellen Einen raueren Ton Oder eine lautere Ansprache Ja klar logisch Was wäre denn jetzt so Wenn du das sagen darfst Vielleicht so ein klassischer Satz Den man dann Als Hund dann hören würde bei dir Ja die Bewegung einstellen Aus Platz Ja Und das dann entsprechend Mit ordentlich Krawum dahinter Und dann Nicht zwangsläufig Das zweite Aus dann spätestens Ja Aber ja So ein Schlagwort Was immer mal wieder fällt Ist so irgendwie Beißhemmung Ähm Da wäre jetzt die Frage Da sind wir uns ja auch Irgendwie nicht so wirklich einig Hat ein Hund jetzt überhaupt Eine Beißhemmung Was würdest du sagen Ich weiß nicht Mir gegenüber haben meine Hunde Meiner Meinung nach eine Es kommt ja immer mal dazu Im Spiel Der wird dann nebengepackt Und so weiter Äh Also die haben noch nicht Durchgezogen Mhm Aber äh Ansonsten Haben die eine Ich denke Das liegt einfach Äh Auch im Im Bild Was hat der Was hat der Hund Warum Beiße ich da jetzt Ja Ist der Ist der gegenüber Ist der mir Gegenüber Aggressiv Oder meinem Herrchen Muss ich was beschützen Ich glaube nicht Dass dann ein Hund Eine Beißhemmung hat Ich glaube dann beißt Jeder Hund Wenn er seinen Rudel Verteidigen muss Oder sich Verteidigen muss Das heißt Dränge ich einen Hund In die Ecke Gebe ihm nicht mehr Die Flucht Äh Die Möglichkeit zur Flucht Ja Dann gibt es nur noch Flight or fight Und dann geht er vorwärts Und beißt Hat er dann Beißhemmung Genau das ist Ich wage es zu bezweifeln Im Spiel Klar Meine Hunde immer Auch wenn da Das eine oder andere Pläsur kommt da immer mit raus Naja Selbst schuld Genau das ist Flight or fight Das ist aus diesen 5F Aus der Hundeerziehung Das kennt man ja auch Richtig Ähm Ja ich würde schon sagen Der Hund hat Klar sein Herrchen Alphatier Wie auch immer Gegenüber schon eine Beißhemmung Das merkt man selber Wenn man mit seinem Hund spielt Und klar ich gebe dem Hund Futter Und kümmere mich Und mache und tue Und der Hund erkennt ja schon Ob Spiel oder nicht Also was das angeht Ja Aber ob das jeder Hund hat Jeden gegenüber Da wollen wir uns glaube ich Nicht aus dem Fenster legen Gut da reicht meine Expertise Nicht aus Ähm Ja jetzt Klar Wenn er dich halt mal beißt Unabsichtlich Beispielsweise Beim Spielen Mit dem Bällchen Mit der Beißwurst Wie auch immer Und er verletzt dich jetzt Wie handhabst du das dann Du kannst Du wirst den Hund ja wahrscheinlich Nicht ausschimpfen oder Nein Nein Also grundsätzlich erstmal Ist denn das Was er da gezeigt hat Ähm Wo es zum Unfall gekommen ist War das das Verhalten Was ich von ihm erwartet habe Oder Macht er das Wenn er natürlich jetzt von sich aus Ich hab die Beißwurst in der Hand Und er schnappt dann nach oben Aus Übersprung Handlungen Weil er sie einfach Trotz allem haben will Selbstverständlich Dafür wird er nicht gelobt Zeigt er aber ein Verhalten Äh Was ich von ihm wollte Und daraus Aus diesem Verhalten Kommt es dann durch Einen doofen Zufall Mal rutscht weg Oder was Zu einem Zu einem Beißunfall Oder einer kleinen Verletzung Dann muss ich ihn loben Weil er hat ja tatsächlich Das Verhalten gezeigt Was ich von ihm wollte Genau Das ist situationsabhängig Also zeigt er ein Verhalten Was ich nicht will Ja Eigenständig Sich Dinge holen Und dadurch halt Mir in der Hand knippen Klar Dann Äh Gibt es einen Rüffel Ähm Zeigt er ein Verhalten Ich rufe ihn sogar Hier komm pack Und spiel ihn an Ja Und äh Dadurch kommt es mal Das passiert häufiger mal Und er packt dann mal in die Hand Also meine Hunde sind genau wie ich Bekennende Kruppmotoriker Ne Zwei linke Hände Zehn Daumen Kann das durchaus Durchaus dazu führen Äh Dass das daneben geht Und nein Nein Dann musst du den Hund loben Das wollte ich Das Verhalten so Ja Dann musst du damit leben Zähne zusammenbeißen Weiter geht's Ja richtig Ne Kenne ich ja auch von meinem Hund Das ist klar Kann ja beim Spielen immer was passieren Da geht mal was daneben und so Das ist alles ganz normal Würde ich sagen Interessant finde ich gerade Das seht ihr natürlich jetzt nicht Weil wir halt hier nur sprechen Und keine Kamera stehen haben Ähm Obwohl du jetzt trotzdem die Befehle auch gesagt hast Der Hund bleibt total tiefenentspannt liegen Das heißt er kann ja auch unterscheiden Ja natürlich Ob das jetzt gerade Ob ich jetzt angesprochen bin Oder ob er einfach nur über mich redet Oder wie auch immer Das checkt er schon Das checkt er Also man könnte schon hinkommen Und sagen Frodo Fass Und da passiert nichts Erstmal die Stimme macht Stimmung Ja Und zweitens Wie ich das schon sagte Hunde lernen im Kontext Denn irgendwie muss die Szenerie Die Bilder müssen da zupassen Ansonsten Warum sollte er jetzt aufstehen Er schläft gerade friedlich Und sollte sich den Stress antun Sich den Daniel neben mir zu zerfleischen Das macht nur Dreck Und das in meinem Büro Das geht ja gar nicht Ja Wer muss das dann wegmachen Egal Anderes Thema Das verschwindet Das wird nach zwei Tagen Das ausgeschissen ist Also gut Oh nein Ja die wilde Bestie Wo wir wieder beim Thema wären Nein der schläft hier gerade schön friedlich Doch Ich bin sehr begeistert Menschen Ja Sonst gibt es nur Trockenfutter Ja Hast rein Oh nein Oh nein Alex Die Oder generell Der Dienst Als Hundeführer Ist das denn heute noch Zeitgemäß Also ich sag mal Heutzutage Also ich stelle mir das zum Beispiel so vor Wenn ich jetzt irgendwie ein Gelände zu bewachen hätte Oder irgendwelche Gegenstände So Da bekomme ich mein Was weiß ich Eine Pistole Ein G36 In die Hand gedrückt Keine Ahnung Ich habe Nachtsichtgeräte Schlagstöcke Pfefferspray Elektroschocker Taser Was auch immer Irgendliche High-End Taschenlampen Und so weiter Brauche ich dann überhaupt noch einen Hund Hat das einen Vorteil Oder ist das nicht schon irgendwie überholt Na das hängt vom Gelände ab Wenn ich schwieriges Oder durchschnittenes Gelände habe Bewaldetes Gelände Ja Da ist immer die Frage Wie weit Erstens komme ich mit meiner Waffe Aber Vorher erstmal Die Sensorik Der Mensch ist doch Gerade wenn es dunkel ist Der ist doch recht eingeschränkt Ja So Erstens Mein Hund Ist ein prima Bio-Sensor Der weiß Da ist einer Lange bevor ich überhaupt was mitbekomme Dann zeigt er mir das an Da gehen die Ohren hoch Und er wird steif Und Da könnte man dann schon mal Könnte ja auch ein Hase sein Aber Er zeigt mir auf jeden Fall Erstmal schon mal Da ist was Das heißt Der Hund hat den Lange Lange Bevor Dann habe ich durchschnittenes Gelände Wie weit komme ich mit einer Pistole 25 30 Meter Wenn ich lange genug Zeit habe Zum Zielen Der zielt nicht Ne Der rennt los Kann auch noch lenken Und der Ja und der holt Das ist eine Lenkwaffe Der holt sich das Egal wo Egal wie Und egal wie weit weg Das ist ein wolfsgroßer Hund Der ist dafür ausgelegt Also so Zwischen 40 und 60 Kilometer Zu hetzen Das möchte ich sehen Ob der durchschnittliche Nordeuropäer Das noch hinkriegt Ich glaube Da wäre ich auch raus Ich fall schon auf 500 Metern glaube ich tot um Mittlerweile Wie gesagt Biosensor Einmal Das habe ich Wenn ich das jetzt Wenn ich jetzt alleine Den Wachdienst machen müsste Und müsste im Dunkeln Dann an Gebäude Rand treten Das ist hier eine dunkle Ecke Da ist eine dunkle Ecke Da könnte ich Da könnte ich eine SK4 Weste Und ein Maschinengewehr Mit mir führen Wenn es einer Aus der Sich da versteckt Und hervortritt Und mir einen überbrät Dann Dann habe ich den Das war es Der Hund Kriegt das mit Der weiß das Da steht einer in der Ecke Und Er riecht ihn Er hört das Die Biosensorik Ist einfach das A und O In dem Hund Ja das stimmt Vor allen Dingen Macht er auch mehr Eindruck Als du meinst du Na selbstverständlich Also keiner fürchtet sich davor Um Alex gebissen zu werden Aber Kannst du mir gerade auch nicht vorstellen Aber Oder Eine Waffe Wer kann sich Wer hat Das Die Erfahrung Denn schon gemacht Wer kann sich vorstellen Was passiert Wenn Wenn eine Kugel durch einen Hindurch geht Ja Aber wenn ein Hund Zähneflättchen vor dir steht Dann weißt du ganz genau Was diese Zähne mit dir anstellen Oh ja So und das macht einfach Eindruck Oh ja Das stimmt Das ist ein Mittel der Eskalation Und wenn das dazu dient Dass es halt nicht zum Äußersten kommt Hey Jederzeit Jederzeit Also meinst du auf jeden Fall noch zeitgemäß Und eigentlich immer noch das Beste Was man haben kann Im Vergleich zu Es kommt drauf an In welchem Gelände ich das mache Oder halt die Situation Wenn ich jetzt ein urbanes Gelände habe Solange ich mich draußen aufhalte Jederzeit Wenn es nach innen geht Wird es schon schwierig Aber draußen gerade bewaldet Oder durchschnitt ein schwieriges Gelände Mit vielen Versteckmöglichkeiten Na klar logisch Also sprich urban Städtisch dann irgendwo Macht es keinen Sinn Wenn da mehrere Menschen sind Bei einem was weiß ich Raubüberfall Keine Ahnung Ne da macht es dann keinen Sinn Weil da rennen mehr Menschen rum Da könnte jeder der Gangster sein Und wir wollen ja nur den einen haben Da überlaste ich auch den Hund als Biosensor Aber wie gesagt Das hängt rein von der Szenerie ab Aber selbst wenn ich jetzt draußen Industrieanlagen bewache Geht er nachts Muss dann als Nachtwächter Gibt ja hier diese Streifenfarbe Und muss dann halt um verschiedene Dinge rumgehen Na klar Da wäre ich froh um den Hund Wenn ich ihn dabei hätte Ja klar Allein schon für das Gefühl Ich bin gerade nicht alleine Einmal das Klar Der gibt dir ein Sicherheitsgefühl Genau Aber ich kann mich halt auch drauf verlassen Wenn der Hund vernünftig ausgebildet ist Dann dient er mir als Biosensor Und lange bevor auch elektronische Maßnahmen Einen Täter entdecken würden Hat der Hund den Ja das glaube ich Und ich habe da noch was Spannendes gesehen gehabt Das war auch irgendein YouTube Video Ich versuche euch das natürlich auch alles Irgendwie in die Shownotes dann zu packen Wo du gerade sagtest Bewaldetes Gelände und Versteckmöglichkeiten und so Die können ja auch unheimlich hoch springen Ja Also die holen dich auch Wenn du ich sag mal Du siehst den Hund auf dich zukommen Du versuchst gerade noch auf dem Baum zu klettern Ich würde wetten Bevor du oben bist Packt er dich schon am Hosenbein Ja Das ist was ich da gesehen habe Und wenn er dich hat Hat er dich Und das darf man nicht vergessen Na Das ist auch in den Medien Dass es Wenn es denn dann zu Beißunfällen kommt Das ist nicht ohne Was haben wir so für eine Beißkraft Ungefähr Weißt du das 750 Kilo So ein Schärfhund Ja okay Den möchte man dann nicht unbedingt am Bein hängen haben Aber das heißt Also ich höre da jetzt schon so ein bisschen raus Wenn du unterwegs bist Dann hast du halt deinen Hund Du hast deine Pistole Die musst du ja glaube ich sogar haben Ja In deinem Fall Aber du würdest dann eher immer Den Hund bevorzugen oder Ja klar Also bevor Logisch Weil erstmal Das ist Auch das mildeste Mittel Ja Ja Das heißt ja immer Wenn dann schießen Schießen die Beine Ja Die musst du erst treffen Ja Zweitens Jetzt treffe ich den Oberschenkel Große Hohler Hohler Arteria Arteria Femuralis Verblutet In 20 Sekunden Das so Immer verhältnismäßig ist Aber Selbst wenn es das wäre Nach dem Ziehen der Waffe Kommt was Was sind die Eskalationsstufen Was geht denn jetzt noch weiter Exklusivmittel Handgranaten Pershing Raketen Was kommt danach Ne Wenn ich mit meinem Hund anfange Dann habe ich ein Eskalationsmittel Nach oben Wenn es denn damit immer noch nicht klappt Gut F wie Frieden Aber Ja Ja Das ist wirklich so Glaube ich Wäre mir glaube ich auch lieber Ich bin ja irgendwie so der Waffenfan Ich meine klar Man schießt vielleicht mal gerne Auch früher Schützenverein Und keine Ahnung Aber Ich glaube ich würde da auch eher Den Hund bevorzugen Definitiv Und Ich denke mal Das hängt ja in Deutschland Oder auch generell Ja Deutschland wahrscheinlich Auf jeden Fall Damit zusammen Dass es ja auch rechtliche Konsequenzen hat Das ist wahrscheinlich ein Unterschied Ob ich jetzt Irgendwem Ein Hund auf den Hals setze Oder ob ich jetzt Auf ihn schieße Würde ich mal behaupten Also rein rechtlich Ist das ja bestimmt auch So eine gewisse Frage Die man sich dann stellen sollte Was sollte ich jetzt eher machen Um nachher die Konsequenzen Dann nicht Das ist ja einfach die Frage Der Verhältnismäßigkeit Ja gut Das ist ja wie Was weiß ich Wenn der Typ jetzt im Kiosk Da zwei Zeitungen geklaut hat Dann auf den zu schießen Ist wahrscheinlich Dann nicht so ganz verhältnismäßig Es wäre aber auch nicht verhältnismäßig Dem den Hund hinterher zu werden Ja stimmt auch wieder Vielleicht blödes Beispiel Aber okay Ja gut Weil letztendlich Ist Wäre beides Erstmal eine gefährliche Körperverletzung Das Schießen Das ist eine Waffe Das ist eine lebensgefährdende Behandlung Und der Hund gilt als gefährliches Werkzeug Das ist halt nur Was ist das End vom Lied Wird dann vielleicht Aus meiner gefährlichen Körperverletzung Schwere Oder Totschlag Verlässige Tötung Einfach kann ich Kann ich das rechtfertigen Den Gewalteinsatz Da gibt es ja die Entsprechenden neuen Rechtfertigungsgründe Für den Einsatz Für das Brechen Das Gewaltmonopol Des Staates Wenn ich das dann habe Wenn ich einen Rechtfertigungspunkt habe Dann frage ich mich nur noch Was ist denn jetzt Verhältnismäßig Was passiert Wenn ich schieße Ich auf den Töte ich ihn vielleicht damit Oder beißt mein Hund Den in den Arm Was ist der Geeignet wird beides sein Seine Handlung zu unterbinden Eine blutende Brust Schusswunde im Bauch Lässt die meistens Leute überlegen Und mein Hund Wenn er im Arm hängt Führt auch meistens Zu einem Umdenken Aber Was ist jetzt verhältnismäßig Das muss in den Sekunden Entschieden werden Da würde ich Grundsätzlich Erstmal zum Hund tendieren Das mildeste Mittel Wie ist das denn Theoretisch könnte sich ja Ein Privatmann Doch auch eigentlich Ein Schutzhund Selber ausbilden Wobei ich da eher Der Meinung bin Dass ein Privatmann Ja eigentlich keine Waffe Haben sollte Also weder eine aus Metall Noch eine mit Fell drumrum Oder wie siehst du das Ne ich gebe dir da recht Also alleine Ganz alleine Könnte er es nicht tun Und man darf das noch nicht Verwechseln mit dem Schutzdienst Bei Gebrauchshundeprüfung Das sind keine Schutzhunde Wie gesagt Die haben einen gewissen Kontext im Kopf Und wenn ich jetzt Euer auf den Platz gehe Und der hat den Den Beißarm Dann beiß ich da rein Und dann werde ich gelobt Und dann kriege ich meine Beute Und dann ist gut Das heißt der würde Nicht schützen Erstmal jeder Hund Jeder Hund versucht Seinen Rudel zu beschützen Das darf man nicht vergessen Ja Aber Wofür braucht eine Privatperson Einen Schutzhund Ich sehe den Grund nicht Das wäre natürlich Dann die andere Frage Es sei denn Ich bin gefährdet Ja Wenn ich jetzt Ich sage mal Eine Frau Die nachts grundsätzlich Immer an den selben Ecken Dunkle Ecken Vorbei muss Ja vielleicht Aber da würde jeder andere Hund Würde Würde Sein Frauchen Seinen Rudel Auch verteidigen Ich habe da Ich habe da mal Was interessantes gesehen Das kann ich vielleicht Gerade noch kurz einwerfen Wo du gerade sagst Für welchen Fall Da war irgendeine Frau Die hatte sich glaube ich Von ihrem Ex-Mann scheiden lassen Weil er sie wohl Regelmäßig geschlagen hat Oder irgendwie sowas Und sie wohnt halt jetzt alleine Und sie hat sich dann Von einer anderen Firma Ein Ja so ein Schutzhund Quasi ausbilden lassen Halt auch mit So ähnliches Training Wie ihr das halt auch macht Hier mit Beißarm Und hast du nicht gesehen Und der ist halt wirklich Komplett auf sie fixiert Ja Der Hund weiß Hier das ist mein Frauchen Und auf die muss ich aufpassen Und das macht er auch Die waren da irgendwie Mit einem Kamerateam mal gewesen Sind halt da reingekommen Und da hat sie dann gesagt Hier ist okay Die dürfen rein Hund setzt sich in die Ecke Alles gut Hätte sie jetzt immer gesagt Hier hol dir den Dann wäre vorbei gewesen Also das scheint also schon So ein Anwendungsfall zu sein Ja dann will ich das auch akzeptieren Also absolut in Ordnung Da sind wir wieder bei Geeignet Erforderlich Verhältnismäßig Ja Das ist geeignet Das ist erforderlich Und da bildet dann der Hund Auch für mich Das mildeste Mittel Lieber irgendwo Irgendwem einen Hund geben Als Schusswaffen verbreiten Genau Das brauche ich jetzt so gar nicht Ich gehe persönlich Selber gerne schießen Aber warum müssen Die Waffen in Privathand Der Verein könnte die auch Aufbewahren Und dann wäre die Sache Auch erledigt Könnte auch jeder Mitschießen Jäger Ja Muss es auch geben Für mich könnten sie sich Ihre Waffen irgendwo abholen Also für mich haben da Viel zu viele Leute Irgendwie Schusswaffen in der Hand Und die spielen damit Und Müsste nicht sein Das ist ja auch so ein Allgemeines Ja ich sag mal Man sieht das ja auch oft Dass Leute sich gern So selbst darstellen Mit guck mal Was für ein großes Gewehr ich habe Irgendwie toll meine Uniform aussieht Und so Manche brauchen das ja Irgendwie auch für ihr Ego Oder so Ich weiß es nicht Das ist ja auch so ein bisschen Negativ behaftet Behaupte ich jetzt mal Das was ich so als Normaler Zivilist Schon mal sehe Im Was weiß ich Facebook YouTube Schlag mich tot Ja Und Waffen generell Wie gesagt Bin ich kein Fan von Und ob man es haben muss Weiß ich nicht Dann lieber der Hund Dann lieber den Hund Ja So jetzt habt ihr ja Dann bei euch im Prinzip Ja auch eine Ausbildung gemacht Zum Diensthundeführer Und so Wie ist das denn so allgemein Mit der sogenannten Kinologie Also die Wissenschaft des Hundes Wird da halt in diesem Ja Wird da euch auch was beigebracht Macht ihr da extra Lehrgänge Schulung halt Wo es dann rein um den Hund geht Oder ist das immer Hund Als Waffe Hund im Dienst Oder was gibt es Ne es geht auch schon auch Rein um den Hund Aber das sind Keine speziellen Lehrgänge Sondern das vermittelt halt Wie gesagt Der Hundeausbilder Das heißt so der Hund Was weiß ich Ja wo ist vorne Wo ist hinten Ach so So einfache Sachen Naja Ja also geht halt auch schon In die Tiefe Das ist ein Ohr Das ist der Schwanz Und so Genau Muss reichen Ja meine ich auch Hat vier Beine Meistens Da kommt das Futter rein Vorne tut es weh Hinten stinkt es Meine Güte Jetzt haben wir schon fast Ja wir haben schon Über eine Stunde gesprochen Meine Herren Wir hatten vorhin Das Thema noch gehabt Wie lange der Hund Ungefähr Dienst macht So Welpenalter ist klar Das heißt man fängt wahrscheinlich So ab der achten Woche Oder wann fängt man wahrscheinlich an Oder mit denen Zu gehen Ja so ein Beginn der Prägefasse Also Zehnte Zwölfte Woche Ab der zehnten Zwölften Woche Okay Und dann bleiben die im Dienst Hattest du vorhin gesagt So acht Ne da sind die nicht im Dienst Sondern da Da beginnt tatsächlich dann So Auch die Die Selektion Ja Man beginnt die Hunde anzuhetzen Und Wie ist denn der Spieltrieb Und Ah okay Wie motiviert ist der Hund Bleibt der dran Und dann fängt man Dann ein bisschen an Zu selektieren Selbst in einem Leistungshundwurf Ist nicht jeder Hund Zum Diensthund geeignet Und dann Selektiert man das Und Das wird dann Du kannst ja auch mit einem Welten Nicht in der Intensität arbeiten Wie dann mit nachher Mit einem Erwachsenen Das ist alleine vom Knochenbau her Du schadest dem Hund ja mehr Als es nützt Und viel schlafen Und so müssen die Genau Aber Man beginnt dann schon So ein bisschen Mit Spielereien Und es ist ja überhaupt nicht Ist ja nicht verwerflich Und Intensiviert das dann Nach oben hin Und ab welchem Alter Ungefähr kann man dann sagen Jo das ist er Oder das ist er nicht Dafür muss er dann Entsprechend ausgewachsen sein Weil auch erst dann Darf er in Dienst Und dann Auch da darf der Dann auch erst Ersatzprüfungen machen Wie IPO und so weiter Und kann dann auch erst Irgendwo eingestellt werden IPO ist was Internationale Hundeprüfungsordnung Ah okay IPO 1, 2, 3 Ich glaube jetzt Mittlerweile heißen sie IPG Aber die nennen den Scheiß Auch jedes Jahr anders Und Wenn er dann Sowas bestanden hat Weiß man ja eigentlich schon Der Hund ist motiviert Der könnte das Und Dann wird der Dann Kauft Unser Hundeverantwortlicher Halt so einen Hund Ja Die müssen eine Vorprüfung Haben bei uns Und Dann bildest du dir Deinen Hund halt aus Hier ist dein Hund Und Bindungsaufbau Und dann fängst du an Mit dem Zu arbeiten Meistens parallel Dein alter Hund Ist dann noch da Ja Damit er keine Abrisse zwischen gibt Genau Das wäre jetzt auch so eine Frage von mir gewesen Das heißt also Du hast dann Was weiß ich Deinen Hund Wo du jetzt weißt Der geht Keine Ahnung In einem halben Jahr Außer Dienst Und dann wird dann gesagt Okay Da ist der Neue Und dann läuft das Schon so ein bisschen Parallel Ja klar Okay Und Ja Was passiert denn Mit den Hunden Ich meine bei dir Ist es ja so Du hast ja quasi Deinen Alten Rentenhund Jetzt bei dir Wie machen das denn Die anderen Nimmt dann jeder Automatisch seinen Hund Mit nach Hause Ja das geht ja Das geht ja nicht Ja eben Deswegen Was passiert dann Mit denen Ja wir versuchen schon Wir sind da Eine entsprechende Bleibe für den Hund Zu finden Denen Privathände Zu vermitteln Weil wie gesagt Das sind keine Mordenden Bestien Das sind ältere Hunde Klar Und bisher hat das auch Eigentlich immer Ganz gut geklappt Das ist Auch schon vorgekommen Dass man dann Ein Hund Das während der Dienstzeit Schon so krank wurde Dass er eingeschläffert Werden musste Ein Tumor gehabt Oder was auch immer Aber Ansonsten werden die Hunde Vermittelt Ich hatte das Glück Ich konnte meinen mitnehmen Dann habe ich den auch Für den immensen Preis Von einem Euro gekauft Okay Das muss dann Für die Bücher Wahrscheinlich dann so stattfinden Das Ding für einen Euro gekauft Genau Damit es im Buch sauber ist So sieht es aus Damit es keine Vorteilsnahme ist Wenn man dann steuerlich Geltend machen müsste Und so Ähm ja Und dann war meiner Und dann durfte er mit nach Hause Und Freut sich seines Lebens Ja definitiv Also ich würde mal behaupten Das ist auch schwer gut bei dir Ja Der wird verhätschelt Der wird total verwöhnt Von meiner Frau Und meinem Sohn Also es Ja fein 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 Ja da würde ich sagen Haben wir das Thema Noch soweit ganz gut abgehandelt Fällt dir ansonsten Noch was ein Was muss man noch wissen Was möchtest du den Leuten Noch mit auf den Weg geben Für Deinen Job Oder für Für die Arbeit Mit den Hunden Also für meinen Job Ist schon cool Geiler geht es nicht Ja Aber Ne Ansonsten fällt mir nicht Wirklich noch was ein Okay Nach einer Stunde Reederei Ja kann ja immer mal sein Dass man da noch was anhängen möchte Oder oh ich hab da was vergessen Aber Alles andere können wir uns Nur noch in die Shownote schreiben Das kriegen wir noch hin Okay Nein auf jeden Fall Echt saugeile Sache Ja ich sag ja schon immer Mein Leben ist dagegen scheiße langweilig Ja so im Büro sitzen jeden Tag Das ist halt so ein bisschen so Ne Da Es gibt halt Menschen Die erleben auch schon mal was Das sind so Leute wie du Oder Ja die ich halt dann irgendwo bewundere Die halt irgendwie auch draußen Was machen Mit Tieren Arbeiten Dann hast du auch die Leute Die was weiß ich Die die Windkraftanlagen Zusammenschrauben Ja meine Güte Das sind meine Jobs Würde ich mal sagen Meine Herren Dagegen ist mein Leben Echt saulangweilig Deswegen podcast ich Vielleicht auch Ja also Ich könnte jetzt nicht Im Büro arbeiten Das ist nicht meins Ja nee Da ist auch wenig mit Obwohl Da musst du auch schon Eine Beißhemmung haben Glaube ich Glaube ich Ja Glaub mir Also ich finde meinen Job Wirklich cool Also der Hund Auch jetzt in Corona Zeiten Du hast immer Abstandshalter Und man kann dem Hund Ja so auch Den einen oder anderen Blödsinn beibringen Wie Bällen auf Kommando Oder Knurren auf Kommando Ja ja Und dann Wird es schön einsam Um einen rum Das fände ich übrigens Auch eine super Sache Da kennst du ja bestimmt Auch diese Diese Geschirre Hier für die Schlepplein Oder so Und dann kann man auch Schön So Abstandhalter Als Wort So auf die Seite drauf Das hätte auch was Ja natürlich Natürlich Abstandhalter Super Das muss ich mir merken Jetzt eine andere Geschichte Jetzt haben wir das Thema Hund Lassen wir es mal so ein bisschen Beiseite Das haben wir jetzt denke ich mal Ganz gut alles durchgesprochen Wenn ihr da noch Fragen habt Gerne an mich An uns Wie auch immer Wir sind da da Und antworten auch gerne Du hattest mich da noch Auf so eine So ein cooles Weil wir sind ja hier Im Subraum Transmissionen Podcast Das darf man nicht vergessen Das ist immer ein bisschen technisch Ja Du hattest mir deine coole Taschenlampe empfohlen Vielen Dank übrigens dafür nochmal Und zwar die LED Lenser P7R Du hattest glaube ich Eins der Vorgängermodelle Ne Ich habe die Da ich die beruflich benutze Die Habe ich mich für die T7R entschieden Ah ok Die Tactical Ja Die ist ein bisschen kleiner Gut Akkukapazität ist natürlich auch Dadurch geringer Ja Aber Die hatten Ein gesicherteres Holster Ist also nicht nur ein rein Kodura Sondern Da kommt da wirklich Ein Schnellzugriffsholz dabei Was für meinen Job Nicht schlecht ist Ähm Und es ist einfach Leichter und kleiner So Ja Ähm Ich meine ja Die P7R Die Liegt im Grunde Liegt die gut in der Hand Ja Aber Das Teil dann noch Den ganzen Tag an der Seite Mit rumschleppen Äh In diesem Holster Das Weiß nicht Da habe ich mich für die T7 entschieden Auch das Holster Der Der P7 Ist entsprechend Breiter und größer Hm Okay Ja wie gesagt Ich habe die ja Für mich halt hier Für die Hundewiese Oder wenn du Reicht das vollkommen aus Ein geniales Ding Tipptipptopp Die verschwindet irgendwo In der Jackentasche Gerade jetzt bei den Temperaturen Hast ja meistens eh eine dicke Jacke an Da ist das Ding irgendwo schnell verstaut Aber die hat auch schon ein bisschen Gewicht Ich meine ich hatte sonst immer so eine Billige Lampe Aus Plastik Keine Ahnung Ja gut Das ist Vollmetall Stahl Ja schon was dran Und die macht hell Ja die macht hell Aber die kann auch mal runterfallen Und ist dann halt nicht kaputt Richtig Und das geile sind die einfach die sieben Jahre Garantie Ja Richtig Ohne Werbung machen zu wollen Nein doch da können wir ruhig Werbung machen Wir haben uns das Ding selber gekauft Wir dürfen hier Werbung machen So viel wir möchten Ganz ehrlich die LED Lenser P7R Sau geil Aber wie er gerade sagte Die sieben Jahre Garantie Und dann hast du natürlich auch Was ich cool finde 1000 Lumen Ja Also das Ding macht wirklich hell Ja Ich war erschrocken Wo ich dir das erste Mal angemacht habe Im Vergleich zu Ich sag mal der Beleuchtung am Handy Oder also der Handy Lampe hinten auf der Rückseite Oder halt meiner Billigtaschenlampe Die ich da vorher hatte Das ist wirklich hell Du siehst was Und du kannst noch vorne am Am Griff kannst du noch auf Spot stellen Du kannst dann sagen Ich möchte Spot oder Weitaus leuchten Gibt es dafür Fachbegriffe Du als Fachmann Nee Spot und Weit Und ne Also das ist so Ja Echt eine feine Sache Und Hat der sonst immer irgendwie Den Hund dann hier so ein Leuchtband umgezogen Oder so In der dunklen Jahreszeit Brauchst du jetzt alles gar nicht mehr Du machst kurz die Lampe an Ach da hinten ist er Okay Perfekt Wunderbar Richtig geiles Teil Kann ich euch empfehlen Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes Eine andere Leidenschaft Die wir noch teilen Star Trek Ja Oder? Wie ist da? Seit wann? Warum? Schon immer So weit Solange ich denken kann Was war deine Einstiegsserie? Next Generation Ja perfekt Willkommen im Club Also Jahre später Da haben wir irgendwie Original Series geschaut War nicht meins Okay Ist so überhaupt nicht meins Ich mag den Kirk nicht Nee Ja Und jetzt eigentlich alles Was so läuft Ja aktuell ist ja Discovery Ja 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 Gucken wir Gucken wir Gucken wir auch Ich tue mich da immer noch so ein bisschen schwer mit Weil das ist ja schon so ein bisschen So ein bisschen ganz anders Ja Aber Aber irgendwie doch cool Irgendwie cool Ich tue mich da auch schwer mit der Michael Burnham Haben Weil Insubordination Das bei einem Sternflottenoffizier Geht gar nicht Ja Geht nicht Ja also das ist Ich weiß nicht Das ist so eine Serie Ich glaube das ist dann eher jetzt wahrscheinlich für die Neueinsteiger Das ist halt nicht so dieses Klassische So TNG Wie wir das so kennen Das war ja eher so ein bisschen Aber wie soll ich sagen TNG ist ja wirklich so angeheftet an unsere jetzige Realität Mit alle Ränder irgendwie mit einem Smartphone, Tablet wie auch immer rum Und kontrollieren den Maschinenraum und überwachen die Computer Dass da keiner eindringt von einem anderen Raumschiff sich reinhackt und so Und alles recht streng Würde ich mal behaupten Discovery geht dann eher in die Richtung Ja was ich so gesehen habe Ja das ist ja schon fast so eher Star Wars Action manchmal Das ist ja schon so Leider ja Schon ein bisschen mehr davon Da gab es dann irgendwelche Ohne das zu viel zu verraten Da gibt es dann Also darf ich das jetzt sagen Ist das jetzt Ja ich spoiler das jetzt einfach Ja Da gibt es noch irgendwas von der Sternflotte Das erfahrt ihr dann wenn ihr das geguckt habt Und da gibt es dann auch mittlerweile Raumschiffe mit freischwebenden Warp-Gondeln Das sind so Sachen Da dachte ich Wie geht das Habe ich nicht so ganz verstanden Ganz schwierig Ja oder diese Das Programmable Matter Genau programmierbare Materie Richtig die gab es auch noch Das ist so ein bisschen Genau da bekamen die dann auf der Discovery heißt das Raumschiff Wie die Serie lustigerweise Da gab es dann diese Updates quasi So 900 Jahre später in der Zukunft Und dann gab es Updates Und dann gab es halt diese programmierbare Materie Auch in diesen Steuerpulten und so Und das fühlt sich dann irgendwie so ganz toll an Und keine Ahnung Da muss man halt wirklich erstmal reinwachsen Ja der Sporenantrieb Das ist auch so eine Geschichte Der geht nicht Der geht nicht Nein Also Reisen mit Pilzen versuchen ja schon die Holländer seit Jahren Aber das geht nicht Ähnlichen Gedanken hatte ich da auch Das haben schon andere probiert Oh Mann Ja ich weiß nicht Also wie gesagt Dann auf Disc gekauft Lustigerweise gibt es das nur auf DVD Nicht auf Blu-Ray Aber egal Trotzdem geil Ich habe sie mittlerweile durchgesuchtet Echt saugeil Auch ein bisschen Ja ich will jetzt nicht sagen Star Wars lastig Aber es ist halt auch schon ein bisschen Actiongeballer und so Aber Der Witz ist einfach ein ganz anderer Ja das ist ja Das ist ja mit TNG TNG ist Stock im Arsch Und The Orville ist halt wirklich Es ist halt wirklich lustig Ja es macht Spaß The Orville ist geil Macht wirklich Spaß Wirklich eine sau Sau geile Serie Wer das noch nicht gesehen hat Sollte da vielleicht Wenn er so ein bisschen Science-Fiction lastig angehaucht ist Echt mal reingucken Ganz klare Empfehlung Ja oder Ja Dann würde ich sagen Da sich der Abend jetzt so So kurz vor elf Haben wir jetzt gleich Und du musst irgendwie Morgen früh wieder auf Ja Stehen Da war irgendwas mit Irgendwie mit Hundearbeit Habe ich gehört Machst du Ja nebenbei Habe ich schon wieder alles vergessen Ich glaube ich muss mir diesen Coolen Podcast nochmal anhören Nachher Ja ich bedanke mich Dass du da warst Ja Ich danke dass ich da sein durfte Na klar Gab Tee Natürlich Gab natürlich auch einen Ganz klassischen Earl Cray Jetzt gab es danach Irgend so einen schwarzen Tee Also ich denke da haben wir Alles richtig gemacht Was der Replikator so hergibt Ja Ja ne wie gesagt Vielen vielen Dank Dass du da warst Und Ja Wir hören und sehen uns wieder Ja In alter Frische Und euch da draußen Wünschen wir eine geile Zeit Umgebt euch mit netten Menschen Hört einen guten Podcast Bleibt gesund Ganz wichtig Und dann würde ich sagen War das hier euer Subraum Transmission Podcast Podcast